Hallöchen, das soll nur mal ganz kurz ein Teaser werden. Ich spiele hier Minecraft und wie ich hier diese Fläche gebaut habe und die Mobfarm da hinten, was ich alles schon gemacht habe, was ich alles machen musste, damit ich auch hier die Lava bekomme und und und. Das hier ist eine Sky World, nennt sich Sky Attack. Es ist eine Vanilla, ist kein Mod, ist kein Modpack, ist eine Vanilla-Welt. Wie auch immer erkläre ich in der Serie, die ich mache über Minecraft auf dem Spielekanal. Der ist unten in der Videobeschreibung, ist er verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Es ist mein Chaos-Kanal, da findet ihr noch viele andere Sachen teilweise. Wenn ich da mal was habe, was nicht auf diesen Kanal passt, kommt das auf dem anderen Kanal. Gut, dann danke für eure Geduld und fürs Zuhören. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem anderen Kanal wieder. Tschüssi!